Herzlich willkommen hier beim We Love MMA Podcast. Heute gibt es wieder eine Meinung, deshalb freue ich mich nicht nur über eine Bewertung bei iTunes oder den Follower bei Spotify, sondern ebenfalls über eure Meinung, gerne als Form eines Kommentars hier unten bei YouTube. Aber wie dem auch sei, kommen wir zum Thema. Ihr habt es ja im Titel gelesen, in der Podcast-Beschreibung gelesen. Conor McGregor hat ein neues Interview gegeben mit The Mag Life und dort hat Conor McGregor ausführlich über verschiedene Dinge gesprochen. Er hat auch über Khabib gesprochen, über Khabibs Rücktritt und das auch nicht gerade harmlos. Er hat da Khabib ziemlich beleidigt. Aber McGregor sprach auch über das Lightweight, wo er jetzt kämpfen wird und natürlich auch über Nate Diaz. Denn Conor McGregor möchte im Lightweight genauso viel kämpfen wie damals im Federgewicht. Er selber hat ja zugegeben, hey, ich habe meinen Gürtel nicht verteidigt, ich habe kaum gekämpft im Lightweight, das will ich ändern. Ich will das Lightweight genauso rasieren. Ich glaube, so in der Art hat er das gesagt. Ich will das Lightweight genauso rasieren, wie ich das Federgewicht rasiert habe. So, nun stellt sich Conor McGregor auch vor, gegen wen es gehen soll, wenn er denn irgendwann den Gürtel gewinnt. Er selber sagt ja, dass er Champion werden möchte und er selber ist sich da auch ziemlich sicher. Und nun möchte er sein Gürtel aber gegen Nate Diaz verteidigen. Ja, McGregor sagt, es gibt viele Top-Herausfordere im Lightweight, aber er denkt, Nate Diaz hätte sich so einen Titelkampf im Leichtgewicht verdient und würde deshalb liebend gern gegen Nate Diaz kämpfen, ohne dass Nate Diaz vorher gegen wen anders kämpft. Das heißt, Nate Diaz soll quasi direkt den Titelkampf gegen Conor McGregor bekommen. Und prinzipiell muss ich sagen, dass ich das für uncool halte, denn wir werfen mal einen Blick in die Rankings im Lightweight. Wir haben auf Platz 1 Justin Gaethje, auf 2 haben wir Paul Ray, auf 3 haben wir Charles Oliveira, auf 4 Conor McGregor und auf 5 Tony Ferguson. Und ja, Tony Ferguson würde ich da erstmal vielleicht ein bisschen rausnehmen, aber nichtsdestotrotz haben wir auch einen Dan Hooker gegen Michael Chandler. Wir haben so viele Top-Contender. Klar, Paul Ray fällt raus, sollte der Kampf sehr eindeutig werden, dann fällt Paul Ray raus. Der wird nicht erneut einen direkten Titelkampf bekommen, aber wir haben Justin Gaethje vermutlich gegen Charles Oliveira. Und ich weiß nicht, wie die UFC das rechtfertigen sollte, wenn wir Oliveira gegen Gaethje sehen und dann auf einmal Nate Diaz einen Titelkampf bekommt. Nate Diaz, den man nirgends in den Gewichtsklassen sieht, weder im Lightweight noch im Welterweight. Wohlgemerkt, Conor McGregor hat es geschafft, in die Welterweight-Rankings aufzusteigen, ist dort jetzt auf Platz 15. Hamza Chimaev ist damit einen Platz aufgestiegen, ist auf 14, Conor McGregor auf 15 und Conor McGregor ist in beiden Gewichtsklassen jetzt in den Rankings, Nate Diaz aber nicht. Ich denke, The Fight to Make ist definitiv der Sieger aus Oliveira vs. Gaethje gegen den Sieger aus Paul Ray vs. McGregor um den Gürtel im Lightweight. Und dann müssen wir natürlich schauen, was wird aus den Verlierern, was wird aus dem Verlierer von Conor gegen Paul Ray, was wird aus dem Verlierer von Gaethje gegen Oliveira, plus was wird aus dem Gewinner von Michael Chandler vs. Dan Hooker. Wenn Michael Chandler es schafft, gegen Dan Hooker zu gewinnen, davon gehe ich nicht aus, ich denke Chandler wird gefinisht, aber wenn er es schafft, dann hat er natürlich alle beeindruckt und dann ist er the real deal. Dann wollen die Leute ihn sehen. Und dann kann es auch gut sein, dass wir vielleicht Chandler gegen Nate Diaz sehen werden. Wer weiß. Ich will aber kein Nate Diaz gegen Conor um den Gürtel im Lightweight. Ich will lieber ein Sieger vs. Sieger Match zwischen Conor vs. Paul Ray und Gaethje vs. Charles Oliveira. Das ist The Fight to Make. Das wird der größte Titelfight 2021. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen größeren geben soll. Es sei denn natürlich, Rabib kommt zurück. Aber das ist ein anderes Thema. Und was ist eure Meinung? Conor vs. Gaethje? Conor vs. Oliveira? Oder doch lieber Conor vs. Nate Diaz um den Gürtel? Schreibt es mir unten gerne rein. Folgt Real of MMA gerne bei Instagram. Und damit hören wir uns beim nächsten Mal. Ciao. Auf Wiedersehen.